Hast du Sippen, Alter? Ich hab das Jahr noch für dich, aber... Ja, jetzt wieder. Ich hab drei Leute getrunken, muss man machen. Let's go. Ja, gut. Was? Eine Haufe von Ameisen. Ja. Ey, fress dich, mach kein Game mehr. Ich bin so im Arsch, ne? Pussy? Ja. David, wie groß bist du? Frag jemanden im Chat, oder fragst du? Ich. Hast du echt keine 1,50? Nein. Deswegen musste ich doch... Boah, ich glaub doch noch knapp 800 dich zahlen muss für Führerschein. Gut achtig. Echt? Ja. Mindestgrößeres 1,50. Kannst du nur mit deinem Twingo fahren? Ein bisschen auf 10, bitte? Hä? Deswegen dicke Sohle sogar. Äh... Ja, ich glaub einen Infraschleiter am Sitz, ne? Aber Twingo hat nicht, aber... ...leicht. Ja. Super jetzt. Super jetzt. Ja. Du wirst schon mit Stöckelschulen in Person an. Ja. 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 Ich glaub ich stehste hier oben drauf. Ist so gute Übersicht. Ich hab viele Sichtnetze da oben drauf. Hä? Ja. Ja. Hast du geguckt? Ja, ich hab kurz gesehen. War echt gute Sicht? Boah, wird der jetzt reingegangen? Der hat mal so ganze Schmielfeldübersicht, ne? Okay, warte. Ich lege mich mal kurz hier ab. Chill kurz. Boah, absolut schief. Junge, hier ist ja insane. Nein. Ja. Ja. Obwohl, warte mal. Ich kann hier glaub ich noch mehr. Hier ist glaub ich besser. Ja. Arbeite. Hast du mit Weitweg wieder, ne? Ja. Ja. Let's, ey. Box, wir erzählen noch eine Person. Eine Person. Eine Person. Fin. Fin, Box. Beide müssen wir treffen. Hä? Was ist das Team? Etto ich und Geschwister... Oh Gott! Frisch der Bresso. Wenn ich treffen, wo muss ich... Francho aus. Francho aus. Francho aus. Also Geschwister, Gave. Wer geschlackt. Und einfach fragt, jetzt. Ja. Mox ist bei uns, wir vom Ball. Mox ist bei uns, wir vom Ball. Mox ist bei uns. Ja, Mox kommt. Ich hab keine Stimme jetzt. Wuh! Hey! Bin ich immer. Hey, ich bin. Sitz! Ah, guck mal, ey. Guck mal, ey. Was geht Gangstaat? Ey, das ist ein Kriminell! Ey, das ist ein Kriminell! Ey, Jungs! Bevor ihr anfangt zu zocken. Wer ist alles gleich bei Jahr noch Spaß? Mal gucken. Bei Jahr noch Spaß? Bei Jahr noch Spaß? Komm zu mir! Ich dachte mal, ja noch. 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 Schlechte Kommunikation. Ja, die ist relativ. Nein, das beim Duell gucken. Wir können auch zum Duell fahren. Ey, wir können auch zum Duell fahren. Wollen wir ein paar mal mit mir arbeiten? Ich nehm dich nur zum Duell. Nein, das ist zu spät. Ich hab's bei dir verbrochen. Also beim Duell gucken, ja. Aber? Ja. Ja. Aber ich muss nicht mal auf der Mal fahren. Ey, weil wir wollten was beim Manus. Wollte ich auch irgendwas? Nein, nein, nein. Dann würde ich da nämlich echt gerne einen Problem stellen. Ja. So ein Viertel da. Nein, das ist ja nicht so gut. Das ist lang zu faul. Ja, dann lachst du noch was. Ja, ich würde gar nicht. Ja, ich würde gar nicht. Ja, ich würde gar nicht. Ja, ich würde gerne. Ja, ich würde gerne. Ja. Ja, ich würde gerne. 4, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 6. Oh, ne, der kann was nicht mehr. Ja. Wo war der wieder unten, oder? Nein, mit dem werde ich auch schieben. Ja, dann schritten wir dann. Nein, das erste und wir. Ja, beide. Ja, beide wird schwierig. Ich glaube, wir hauen nachher eine Halbzeit ab oder so. Oh, ne Box bleiben nicht so lange. Ja, aber was wollt ihr jetzt von Manus haben? Ja, ich werde einen anderen. Hoppa. Jo, jo, jo . Okay, warte mal. Ist die Kamera besser? Ja. Ich will Salat auch für Pizza haben. Wir haben genug Leute, die das auch essen können. Marius! Ja, Marius! Lass mal anfangen jetzt, Jungs! Haben wir eine Mahnerspitze? Pommespitze? Eine Mahnerspitze. Alles groß! Alles groß! Alles groß! Ist schwer! Kann man sich zum Glück merken? Rox, willst du nicht mitspielen? Wir warten die ganze Zeit, ob dich das behindert? Wir stehen hier schon an! Er wird doch kommen! Nein! Oh, ich hab's ja im Monster-Team! Oh Gott! Oh, ich hab's ja im Monster-Team! Oh Gott! Der ist schön, Box! Mach 3er! Der ist schön, Box! Ah! Nein! Das war mein Feld, Junge! Oh, nein! Der ist nur aus der Hand gerutscht! Ey, Tennis ist doch viel zu früh gewesen! Ja, aber so früh bin ich nicht! Das ist unser hier in Hilfe! Ich wünsche euch ein Ziel nicht! Naja, das übertreiben wir nicht! Seid schon falsch! Das hier halten wir nicht! Jetzt noch mal! Oh Gott Oh Gott, ja, hol, hol! Sorry, Jungs. Sorry, aber... Hast du gemerkt? Was? Du bist der 1, ich bin doch... Ah, wie meine? Gabelmeiner hat auch noch... Was ist das? 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 Viel zu große Neidrucksack, ne? Hö! 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Findest du mal aus! Ich bin nachgebaut! Danke, danke! Pass auf! Pass auf, dass du nicht im Ausstehen! Max, du stehst ihm auf! Ich hab ja noch nicht mehr Dinge zu gemacht! Du stehst jetzt noch mal nach! Noël, richtiger Ede, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh, Junge! Ja! Hi! Wunderschön! Du musst mir sagen, wenn ich rein muss, ne? Ja! Kein Stress, Freunde! Kein Stress! Möchtest! Jochen! Bock, der dann! Du, wir tern an! Ahh! Nee! Ja! Oh! Oh! Oh, oh! Wir stehen zu zweit. Wir gehen zu Mox. Wir gehen zu Mox. Wir gehen zu Mox. Das ist klar. Das ist ein Pro-Technik. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. 4-0. 3-0. 5-0. 6-0. 5-0. 5-0. 5-0. Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht, wie das ist. Win. Ich bin so heftig und kotzen jetzt. Ja, einen 1-1. Hey, warte, habt ihr die Bade in den Kindergarten? Was? Ja. Genau. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Hallo. 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 Damit ist es ein Jaimler Dialog. Hallo. Oh, ja. Ich habe ja auch da gebacken. Also, als wäre es eine đoạn- Radion. Ja, da brennen. So. Du bist ja auch da. Das war mein Mann. Ja, wir haben ja richtig. Das war das so. Ja, wir haben ja auch da noch ein paar. Das war das so. Auf Wiedersehen. Musik Musik 4 3 gegen sie Gegen sie alle Musik Jungs Ich hab Sport gemacht, kennst du denBA Hochball Hochball Hopf hast du den Kopf für mich Hochball Hey Jungs Wollt direkt ins Gesicht drehen Was wär' ich noch vorgelegt? Wolltest du hoch? Dann stellst du dich hin? Nicht! Gegen hoch? Ich alleine! Den legt man sich auch nicht hinten drauf. Wir alle gegen euch zu sein. Alle! Wie die Kuppeln, ne? Schau! 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 Die absolute Zerpflückung findet hier statt, Alter. Schau! 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 Ein Mann! Ein Ziel! Kappa! Adam Sandler! Schau! 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 Ach, von hier sieht sie richtig sexy. Ich würde, bin ich ehrlich. Fiki meinte auch, alles mit langen Haaren geht, ne? Ich würde Jonas! Ich würde Jonas! Ich würde Jonas! Ich würde. Ich würde. Spaghetti! Woh? Spaghetti. Spaghetti. Warte, mach mal einen Armvergleich mit dir. Spaghetti mit Butter! Das ist einfach... Du musst es mal bei Marius machen. Was ist denn das? Aua. Mal gleich mal deinen Arm mit seinem Bein. Ja, safe. Ja, der war wirklich stramm wartet. Ja. Doch, bei der Klemme. Guck mal hier, was macht den Köln? Oh. Ciao. Bis gleich. Bis gleich. Da sieht irgendwo eine Kölnchen aus. Bis gleich. Ey, der Typ spielt echt bei den kleinen Lormittungen. Marius macht dich wirklich komplett nass. Ja, ich will. Ich glaube, der will dir einfach den Arsch versuchsen. Ey, Clem, gib mal meine volle Flasche. Marius, wie steht's? Ey, den Arm er hält von dir. Ich will, dass du den Arm fällst. Lund, wo ist das? Das ist erstmal. No, wir sind last. Ich bin ehrlich. Du hast ja keine Arbeit. Zieht, bleib aus. Du bist die Israel. Versuchst du jetzt? Ja? Du musst eben suchen. Ach so, du bist gefahren. Ach so? Ey, wo hat der? Wann kommt der denn übermorgen? Ja, wir holen wir langsam loslegen. Na ja, wir können die Bisschen nicht mehr aus. Da machen wir das denn. Ja, dann lass uns. Jetzt haben wir zehnmal. Dann lass uns wieder eine Bisschen nach. Und whin und nach kommt ihr direkt? Die Spicter haben wir. Ich spiele einfach. Ich meine, wann kommt die zu mir? Nachmittag, ne? Nachmittag, ne? Nachmittag, ja. Wenn ich könnte, würde ich in meine Heimat zurückgehen. Ja? Warum? Was wir da alles verloren haben. Wo kommen sie denn her? Wir bauen hoch, die Kühe, die Bullen, die Fähre. Schlesien, Niederschlesien. Schlesien? Ja. Okay. Aber, man muss sich alle angreifen. Deutschland hat genau so viel Dreck am Stecken, wie die anderen, die das gemacht haben. Ich denke doch mal an den Zweiten Weltkrieg, was wir uns gemacht haben. So viel Bunker hatten wir gar nicht, dass man Sicherheit reinkommt. Wenn ich könnte, ja, mit Deutschland, würde ich in meine Heimat zurückgehen. Das ist jetzt Polen, oder? Leider. Das sag ich mal. Ob es Polen ist, ob es Tschechien ist, ja. Viele Länder, auch Deutschland. Ich fliege aus. Alle direkt am Stecken. Ja. Der kleine Mann, der muss ausfahren. Ja. Da ist es. 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 Da bin ich mehr als stolz. Das kann man keiner geben. Das kann man keiner wegnehmen. Ja. Wollte ich sagen, weißt du was? Ja. Ich habe drei, äh, 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 äh. Ja. Sehr gut. Das ist normal. Das ist meine Heimat hier nicht. Ich bin hier auch nicht gekommen. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist ein Big Drip. Ja. Alter. Wo ist das? Das ist Polen. Das ist wirklich cool. Das ist ein Big Drip. Das ist ein Big Drip. Du. 100 Kilometer vom Presser, der ist da. Ja, das ist das. Das ist doch so. Aber ich kriege es, ob ich es für euch gehe, das ist für euch die Begründung. Ciao, ciao. Die obligatorische Politik-Talk. Ich schwöre, ich habe zwei Stunden Sport gemacht und der Trotzung der Gestür. Hey, Junge, der ist alt. Das ist wirklich ganz weird. Das ist wirklich ganz weird. Gang, 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 Gang. Boah Junge, Alter, die Kamera ist ja nicht so cool. Weißt du was noch gerade ist? Was willst du noch? Ey, du gut, das Ding ist, ich kann mir so gut vorstellen, dass wir mit Kriki oder so, dass die das irgendwie pranken. Ey, 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 ey. Weil du und die Clown. Kriki? Weil Kriki kann ich es mir vorstellen, dass wir beide zu stur sind und zurückziehen. Ich glaube, das ist schon mal passiert, glaube ich. Lava nicht. Ja, ich schwöre, ich habe Kriki auch schon mal auf den Mund geküsst. Alter. Jo, wir checken jetzt Kriki. Kannst du fangen? Ja. Junge. Big Flicks, Alter. Das sind die von meinem Vater. Den hat sowas, Alter. Was? Aber schreibt auf jeden Fall, wenn ihr bei Manos seid, ne? Dann weiß ich nicht. Ey, warte, brauch ich mal eine Schlüsse, Alter. Trockene Lippen. Okay. Was finde ich gemacht? Ach, boah. Du musst mal ein Balsamieren. Balsamieren. Ein Balsamieren. Ein Balsamieren. Ein Balsamieren. Ein Balsamieren. Mach's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau, ciao. Tschau, ciao. Tschau, ciao. Tschüss. Das war's für heute.